Ja Leute, was geht ab? Hier ist der Bram, Bram und ihr wisst Bescheid. Heute auf meinem ersten Video auf, ihr seht es richtig, YouTube. Okay, let's go. Nach einer langen Zeit von TikTok und Instagram und ein bisschen Facebook auch, bin ich jetzt endlich auf YouTube gelandet, weil hier wollte ich schon immer hin. Dieses Video siehst du gerade auch nur wahrscheinlich deswegen, weil du es entweder auf TikTok gesehen hast oder ich habe es dir zugeschickt, weil so viele Leute kennen mich gar nicht. Daher versuche ich für jeden den richtigen Humor zu finden, aber vor allem will ich meinen Humor auch bleiben, weil ich bin einfach lustig. Nein. Deswegen ist es wichtig, dass jeder auch lachen kann. Deswegen kommen verschiedene Videos über verschiedene Themen. Vor allem will ich mich auf Reactions konzentrieren, das heißt von Musikern in irgendwelche Songs oder ich liebe Stand-up übertrieben, vor allem Rebelly Comedy und daher werde ich auch ein paar Stand-up von denen reagieren. Oh, mach dir Video. Ich werde versuchen nicht zu lachen Challenges zu machen, ich werde jede Art von Videos machen und ihr könnt mir gerne auch auf Instagram schreiben, auf was ich genau reagieren soll. Zudem, damit ich nicht die ganze Zeit hinter dieser Wand hier stehe, die eigentlich voll korrekt ist, guckt es euch mal an. Damit ich nicht die ganze Zeit hinter dieser Wand hier will, werde ich auch mal auf die Straße gehen und Idioten-Tests machen, damit ihr ein bisschen dumm dasteht. Schreibt mir dafür eure Stadt in die Kommentare. Falls du bis hierhin geguckt hast und wirklich Interesse ist, meine Videos zu schauen, dann komm mal, schuldet die Kommentare gleich jetzt unten von dir. Nein, nicht so, du musst schon auf kleinen Modus machen. Unten vom Handy abonnieren. Dieser rote Klapp einfach weiß machen, weißt du, damit es ein bisschen geil ist. Und du musst nicht mal liken, guck mal, du likest, wenn es dir gefällt. Wenn es dir nicht gefällt, dann like nicht. Was? Aber wenn du bis hierhin geschaut hast und gelacht hast und mich trotzdem nicht abonnieren willst, das war's von mir, von meinem ersten Video. Jetzt werden täglich neue Videos kommen und morgen kommt direkt das erste. Also abonniert, aktiviert die Glocke und wir sehen uns morgen. Ey, was ist das bitte? Keller heißt nicht auf Arabisch Kila. Als ich dich sah, dachte ich mir, Masha'allah, kam darauf Risch Kla, was gerade geschaut. Äjit ist tach, äjit turkos, die mam ziyan, die mam bogot. Trink, yallah, sofort, aber... Bismillah. Ja, Salami, bin ich der Teufel oder bist du der Teufel? Ja, ich bin der Teufel oder bist du der Teufel?